Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast und heute wieder eine neue Folge zu einem agilen Thema, denn beim letzten Mal habe ich euch schon angeteasert, es wird einmal um das Thema agiler Trainer gehen, was sind eigentlich die acht Top-Kompetenzen, die es braucht, um Workshops, Seminare, Schulung, Kick-Offs und Transformation im agilen Kontext zu gestalten und was unterscheidet vielleicht auch einen agilen Trainer von einem klassischen Trainer, den es natürlich auch noch braucht, aber wir eben beide Welten haben. Also sei gespannt und beim letzten Mal habe ich ein bisschen über die Agilität gesprochen, ob es denn für jedermann etwas ist und ob diese Agilität hilfreich ist für jeden, weil da doch der ein oder andere immer so ein bisschen neidisch drauf schaut, dass so kleine Start-Ups so flache Hierarchien haben und so formelle Prozesse irgendwie, ja, wie soll ich sagen, gar nicht mehr brauchen und ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass die gar nichts mehr brauchen. Auch Start-Ups müssen irgendwann an dem, oder kommen, nicht müssen, kommen irgendwann an dem Punkt, dass sie auch ein bisschen mehr prozesslastig werden dürfen und spätestens, wenn sie eine ISO 9001 machen möchten, da brauchen wir nicht drüber sprechen, wird es sowieso so sein, dass die relativ prozesslastig werden, aber eben immer noch weniger und deutlich agiler, beweglicher als so ein großer Konzern und das ist auch das, was immer noch so mit Agilität verbunden wird, eine Geschwindigkeit, Innovation, Kreativität und irgendwie schnell Dinge in die Umsetzung bringen. Und ja, das geht durchaus, aber es bedarf eben auch ein paar Vorkehrungen, nenne ich sie mal liebevoll und ich sage mal, beginnt mit der Firmenkultur und dann mit auch Transformationsprozessen, die ich begleiten darf und da empfehle ich wirklich dringend, wenn ihr vorhabt, mit eurem Unternehmen, deinem Unternehmen agil werden zu wollen, dann bildest du entweder jemanden in deinem Unternehmen extrem gut aus und der hat eine gewisse Fachkompetenz auch in den Kompetenzen, wo ich, was ich gleich vorlese oder vortrage. Oder du holst dir einfach jemanden wie einen agilen Trainer oder agilen Coach ins Haus, ruft die Unternehmensberatung an, weil die sind darauf spezialisiert, Unternehmen in die Transformation zu bringen, nämlich von klassisch, hierarchisch in die Agilität. Und du kannst erst mal klein anfangen, du musst ja nicht gleich wieder die komplette Sau erlegen, es reicht ja, wenn du da die Haare abschneidest, so ungefähr. Und ja, hol dir auf jeden Fall professionelle Hilfe in diesem Bereich. Und nun erst mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Trainer und einem agilen Trainer und wie unterscheidet der sich eigentlich auch vom agilen Coach? Da gibt es auch ein paar Verwirrungen auf dem Markt, denn im Moment sind diese Begriffe per se nicht geschützt, sage ich mal. Gerade das Thema agiler Coach, also Coach kann sich ja jeder nennen, also grundsätzlich wäre ich auch ein agiler Coach. Und das ist kein geschützter Begriff, deshalb achtet immer ein bisschen darauf, was der, der sich agiler Coach nennt, auch an Erfahrungen hat und auch bei anderen Weiterbildungen, dass ihr da einfach nicht auf jemanden hereinfallt, sage ich mal so. Und dadurch, dass es da so viele Verwirrungen gibt, sagt man dann auch, naja, gut, agil, brauche ich denn jetzt wirklich einen agilen Trainer? Und was macht der jetzt anderes als mein Bekannter, der schon, wo ich schon meine Leute 15 Jahre lang hinschicke? Per se ist der Trainer, der bedient sich natürlich auch gewisser Methoden aus der klassischen, aus dem klassischen Wissensvermittlung für Erwachsene. Das ist unumstritten. Allerdings, und das ist eben das, was so ein bisschen unterscheidet, ist, er vermittelt als agiler Trainer sein Wissen auch direkt in agilen Methoden. Und diese Methoden werden vermittelt, damit die Selbstorganisation, Innovation und Wendigkeit gefördert wird. Also wenn ich mit einem klassischen Training und einem klassischen Trainingsplan in eine agile Unternehmung komme, dann ist es ein Problem. Denn ich kann mit agilen Methoden, kann ich nicht, jetzt muss ich mal einmal kurz gucken, ich bin noch on air. Also siehste, zwischendurch im Podcast werde ich einfach angerufen. Das passiert, wenn man das mit seinem Telefon macht. Aber nun gut, ich nehme es jetzt auf mit meinem Telefon. So, wo war ich stehen geblieben? Das ist dann, wir schneiden es auch nicht raus, sonst hört es sich auch so abgehakt an. Also, ich kann nicht mit den klassischen, traditionellen Trainingsmethoden in ein agiles Umfeld gehen, weil ich dem dann die Geschwindigkeit wieder nehme. Punkt aus. Wir arbeiten sehr in kurzen, interaktiven Schleifen, auch in einem Workshop. Ich kann dort, ich gehe das komplett anders an, als in einem klassischen Training, wo ich irgendwie 9.15 Uhr, nennt man dann ja Vorstellung. 9.30 Uhr mit Whiteboard das und das. 9.45 Uhr mit PowerPoint das und das. Da machst du ja Trainerplan, ja. Also das habe ich ja noch nie gut gekonnt. Ich habe das gehasst wie die Pest und habe da sowieso irgendwie mein eigenes Ding gemacht und das hat ein agiler Trainer nicht. Also, der bringt durch seine Methodenkompetenz im agilen Umfeld einfach auch genau das in die Trainings mit rein, was die Firma braucht, um eben so innovativ zu werden. Und er konzipiert und moderiert auch Transformationsthemen, wie Teamentwicklung, Führung, Schnittstellenkommunikation, Arbeitsweisen, Meetings und ist oftmals auch als Facilitator mit an Bord. Also als rahmengebender Beobachter. Zum Beispiel bei Barcamps, Lean Cafés, Open Space Formaten oder auch bei Transformationen im Unternehmen hole ich mir neben dem Change Berater auch einen agilen Trainer mit ins Boot. Also, damit die agilen Methoden auch direkt in Fleisch und Blut gehen, auch bei den Mitarbeitern. Also, das ist ein Unterschied. Wir haben es alles ein bisschen spielerischer. Also, wir können mit Lego arbeiten, wir können mit bunten Stiften arbeiten, wir machen lustige Spielchen auch im Online-Sektor. Ich habe das jetzt auch in meiner Trainerausbildung gesehen. Du kannst super witzige Dinge auf dem Mural Board machen und auf dem Miro Board mit spielen, wo alle mit sehr viel Spaß dabei waren. Wir haben mit Lego gebaut. Also, das war wirklich toll und diese Visualisierung bringt auch unwahrscheinlich viel Schnelligkeit ran. Wenn ich jetzt aber einen agilen Trainer habe, gibt es eben dort auch die acht Top-Kompetenzen, die es eben braucht. Und ich werde euch heute in dieser Podcast-Folge die acht einmal kurz anteasern. Und dann schauen wir mal, ob da noch Fragen sind. Wenn ihr natürlich Fragen habt, dann immer und das in dem Fall Video oder Podcast gerne schreiben, kommentieren. Da freue ich mich absolut drüber. Wenn da auch Rückfragen kommen, also scheute ich nicht, da auch eine Verständnisfrage vielleicht zu erläutern. Manchmal erkläre ich die Dinge einfach viel zu abstrakt und da braucht es vielleicht auch ein konkretes Beispiel. Deshalb freue ich mich sehr gerne auch auf eine Rückmeldung von dir. Aber nun erst mal die acht Kompetenzen. Das erste ist Selbstorganisation. Und was heißt das? Selbstorganisation. Ich als Trainer sorge von Anfang an dafür, dass ich einen Rahmen bilde, in dem die Gruppe selbst organisiert agiert. Also ich definiere Rollen und dazu Regeln. Jeder nimmt sich in diesem Team dann auch die Rolle, damit wir unterschiedliche Perspektiven auch haben und dass wir dafür einen Raum schaffen, um gegenseitiges Lernen zu ermöglichen. Und ein großes Thema ist die Selbstführung der Teilnehmer. Also die sollen sich auch in den Rollen selbst führen und selbst organisieren. Und es gibt zum Beispiel auch so Rollen wie Neudenker, Fokusbeschleuniger, auch Pausenwächter, Energiewächter, Prinzipienwächter und, und, und. Und die lasse ich auch gerne im Workshop ziehen. Also Selbstorganisation schon in dem Training ist absolut wichtig und agil. Dafür muss ich auch die Methoden kennen. Der zweite Punkt ist Commitment. Es ist ein ganz klares Commitment mit der Geschäftsführung vereinbart. Was wird hier gemacht? Also es gibt hier nichts, wo die, wo top-down vorgegebene Aufträge durchgeboxt werden. Das findet übrigens im agilen Umfeld nicht statt, sondern es wird im Vorfeld solange eine Auftragsklärung stattfinden, bis das Spielfeld und der Spielfeldrahmen fest ist. Es gibt immer Dinge, die nicht geändert werden können. Das tun wir, das werden wir auch nicht machen. Das werden wir auch in einem Training nicht besprechen. Allerdings gibt es ein Spielfeld, wo ganz klar definiert ist, das ist etwas, was frei durch die Teilnehmer bespielt wird. Und wir können damit das Thema nicht ganz aus dem Spiel ist, sehr gerne auch eine Sidekick machen und eine Seiteninformation, die Themen in einem Themenspeicher aufnehmen. Aber da ist ganz klares Commitment. Das Team in dem Workshop definiert auch auf dem Spielfeld, wo die Reise hingeht. Das dritte ist das Timeboxing. Ich habe es lieben gelernt, eine Zeitverknappung oder es ist Arbeiten mit Zeitverknappung. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ich kann das gar nicht, ich muss so viel labern. Also ich labere ja gerne, weil sonst würde ich gar keinen Podcast machen. Also ich schnazzel schon ganz gern. Ist eben auch ein definiertes Zentrum von mir. Also ich kann definitiv viel mit dem Hals machen. Aber ich arbeite auch mit Zeitverknappung und habe es selber erlebt, wie effektiv das ist mit dem Thema zu arbeiten, Timeboxing. Und man schlägt gleich mehrere oder man hat die Möglichkeit, gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Es gibt keine unnötigen Diskussionen. Und wir erhöhen den Fokus und wir bringen deutlich mehr Schwung in jeder Runde. So, der dritte, der vierte Punkt ist interatives Lernen. Insbesondere bei der Wissensvermittlung, also wenn wir auch Wissen vermitteln oder beim Erproben neuer Arbeitsweisen sind Lernschleifen absolut wichtig. Und ich muss sie kurz quick and dirty machen. Aber ich muss sie einfach interativ lernen lassen in Kleingruppen. Und ich sag mal, die Softwarebranche kennt das ganze Thema schon. Aber wenn ich in die normalen Unternehmen, das ist schon normal, aber wenn ich in die Unternehmen gehe, wo es eben noch nicht so IT-lastig ist, ist interatives Lernen schon sehr relativ neu. Und ja, da wird dann mit Bastelmaterial hier und Lego, Lego haben wir auch schon gebaut. Da hat man erst gedacht, oh Gott, warum baut man denn jetzt? Wir sind doch erwachsene Menschen. Warum bauen wir jetzt mit Lego? Ich sag's euch, das ist der Oberkracher. Das ist der Oberkracher. Also ich bin völlig überzeugt davon. So, der fünfte Punkt ist Innovation. Also es braucht absolute Raum für Innovation. Bock auf Veränderungen, Bock Kreativität zu fördern. Und sie dürfen, also die Teilnehmer, die an diesem Kurs sind, dürfen auch von dem Trainer angesteckt werden mit der Begeisterung. Also ich glaube, ein agiler Trainer, der, Entschuldigung, dass ich das so direkt sage, aber einen Stock im Arsch hat, den kannst du auch echt nicht gebrauchen. Also es darf auch ein bisschen on fire sein und ein bisschen Begeisterung auch für die Thematik, für Veränderung, für Agilität, für was alles möglich ist. Und damit nutzt man, also man nutzt dadurch, dass man die Kreativität bei denen fördert und die Innovation fördert, bekommt es einfach eine Schnelligkeit. Das ist unfassbar. Und was man auch beim agilen Thema auch immer mal macht, man hat immer, die Teilnehmer gucken immer aus Sicht des Stakeholder. Und da ist natürlich vorher festzulegen, wer sind die Stakeholder. Aber das finde ich natürlich auch echt relativ interessant und charmant, dass man das in einem agilen Umfeld macht. Und das muss auch der Trainer können. Das kann so auch nicht der klassische oder kann der klassische Trainer, kann er sich natürlich auch anlernen. Aber das ist ein Unterschied auch zu einem klassischen. Dann ist der nächste Punkt das Gaming. Also Spielen ist quasi das Effektivste, was wir haben. Es ist ein unwahrscheinlich guter Lernkanal und integriert das Wissen wirklich nachhaltig. Also wie gesagt, ob es das Lego ist oder Spielchen auf dem Muleboard oder überhaupt Spiele mit Spielen, mit Bälle, mit Hütchen, mit Stangen, mit bunten Tüchern, whatever. Also bringe ich diesen spielerischen Effekt mit rein, haben wir einen Wissenstransfer, der nachhaltig sitzen bleibt. Also nicht, ich gehe irgendwie aus dem Seminar wieder raus und dann war dann auch das Wissen schon weg. Also Frontalunterricht gibt es so nicht. Da ist richtig mitmachen und aktiv sein. Das nächste ist die Flexibilität. Also im Flug bauen wir auch um. Das ist die Devise agiler Workshops. Wenn sich jemand in liebgewordener Kontrolle laben will, ist er bei einem agilen Trainer falsch. Ein agiler Trainer baut einfach um. Auch wenn der Plan per se auf einem Workshop, also auf so einem Board grob steht. Wenn es da die Situation bedarf, baut ein agiler Trainer das Training an dem Tag während des Tages einfach um, weil vielleicht die Gruppe das gerade braucht. Und das ist auch wichtig für Auftraggeber. Denkt daran, wenn ihr agile Trainer beauftragt und ihr wollt jetzt im Vorfeld da irgendwelche Trainingspläne haben. Nein, 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 nein. Das wird in der Bewegung aufgefangen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Das müssen a, die Trainer können und b, aber auch die Auftraggeber wissen, dass dort im Flug umgebaut wird und dadurch natürlich auch der Prozess dann nochmal anders gefördert wird. Das heißt nicht, dass man nicht exzellent vorbereitet ist, aber man hat eben noch mehrere Methoden im Petto. Also man ist schon vorbereitet. Nicht, dass es da den falschen Eindruck gibt. Man ist sehr gut vorbereitet und dennoch gibt es die Flexibilität in dem Workshop. Und das Letzte ist die Frameworks oder die Strukturen. Also es gibt immer eine klare Struktur und die muss auch ein agiler Trainer transparent machen und immer wieder auch darauf hinweisen, wo stehen wir gerade in dem Prozess, weil es den Teilnehmern einfach klare Leitplanken aufzeigt. Und wir brauchen auch innerhalb eines experimentierfreudigen Rahmens eben die Leitplanken, damit wir wissen, okay, wo geht es nicht mehr darüber hinaus? Also wo ist dann auch, wie soll ich sagen, wo ist dann, ich will nicht sagen, die Kreativität beschnitten, das wäre nicht richtig formuliert, sondern in welchem Rahmen dürfen wir eskalieren? So ist es eigentlich richtig. Und da gibt es tolle Methoden und Frameworks und ich habe wirklich Kanban lieben gelernt. Scrum, ja, ich mag den Prozess, aber Scrum ist nicht ganz so meins. Dafür gibt es aber andere tolle Tools. Wenn Scrum notwendig ist, mache ich auch Scrum. Also ich bin ausgebildeter Scrum Master, aber es sollten für so einen Trainer einfach mehrere Methoden schon an Kompetenzen da sein. Das ist auch so ein Ding, worauf muss ich achten. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben acht Kompetenzen. Selbstorganisation, Commitment, Timeboxing, iteratives Lernen, Innovation, Gaming, Flexibilität und Frameworks. Und diese acht Top-Kompetenzen sind wichtig für einen Trainer, einen agilen Trainer. Und beim nächsten Mal, also das würde jetzt den Rahmen, glaube ich, sprengen. Ja, das würde den Rahmen sprengen. Beim nächsten Mal nehme ich euch nochmal mit in das Thema, was sind eigentlich agile Werte? Wir haben beim ersten Mal schon mal oder in dem letzten Podcast darüber gesprochen, dass es eine bestimmte Firmenkultur braucht. Aber was sind denn eigentlich die agilen Werte und wie kann ich die vielleicht auch in mein Unternehmen integrieren? Und was sind Prinzipien? Also aus den agilen Werten leiten sich eben auch Prinzipien ab und da werden wir einfach in der nächsten Podcast-Folge mal drauf eingehen. Wenn du an Agilität interessiert bist, wenn du Bock hast, agile Meetings zu integrieren, wenn du Bock hast, mal hier einen Workshop zu machen, wenn du sagst, ich habe sowieso irgendwie schon immer mit dem Thema geliebäugelt, Agilität in mein Unternehmen zu bringen, dann lass uns gerne treffen. Wenn dir diese Informationen hier auch schon geholfen haben, ist auch gut. Wenn du sagst, ach nee, lieber nicht, ich möchte was Klassisches machen, ja, dann mach was Klassisches. Vielleicht hilft es dir auch einfach nur, bei diesem Podcast jetzt Inspiration zu bekommen, ob du vielleicht mal einen agilen Trainer bei dir einlädst und damit du so ein bisschen darauf vorbereitet bist, was du dir da eigentlich jetzt ausholst, wenn du dir einen agilen Trainer jetzt ausholst. Also Transformation ist Status Quo oder Veränderung ist Status Quo im agilen Umfeld und ja, sei dir dessen immer bewusst. Aber es gibt auch Geschwindigkeit und Kreativität und tollen Wachstum, wenn du dich auf das Experiment und auf den Weg Agilität einlässt. Und in diesem Sinne, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auch ein Like da lässt, einen Daumen hoch und ja, gerne teilen die Folge, falls du jemanden in deinem Umfeld hast, der an Agilität interessiert ist, würde es mich sehr freuen, wenn du diese Folge oder auch die davor oder überhaupt meinen Podcast teilst. Und ja, wenn du mehr wissen willst, ich bin ab und zu auch bei, nicht ab und zu, ich bin eigentlich relativ regelmäßig jetzt auch auf Instagram und da findest du mich auch mit Bild und dann mit Bewegung, manchmal mit sehr wilden Bewegungen, aber das sind dann meine Lives, da hat man dann auch Spaß dabei. Da gibt es dann auch um Themen wie Leadership und Personal Development, was ein sehr wichtiger Punkt ist, gerade im agilen Umfeld sich auch auf Persönlichkeit und Mindset und ja, Haltung und solche Themen einzulassen und auch zu integrieren in die Firmenpolitik. Also wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir auf jeden Fall gerne ein Like da, komm mich gerne besuchen bei Instagram und Co. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende und ich freue mich auf die nächste Folge Agile Werte. Bis dahin, tschüss!